... ... Päsentieren uns unseren MGB GT Coupé Baujahr 1965, mit 95 PS, 1,8 Liter fast. Das Fahrzeug wurde 1991 komplett restauriert in Deutschland. Das bekannteste deutsche Auto nicht fehlen. Nämlich ein VW und die ganz einfache Ausführung, sage ich mal, die 1200er Limousine und dann doch ein bisschen für den Export aufgemotzt. Ist klar, unsere war zu Anfang nicht ganz so schön. Baujahr 1964, 58 PS. Es wurde im August 48 Jahre alt. Buckel Volvo, dem Volvo PV 544, Baujahr 1961. Meine Damen und Herren, vertun sich nicht in dem Auto. Das hat immerhin schon damals seine stolzen 120 PS gehabt mit zwei Litern. Er wurde 1944 vorgestellt und über 20 Jahre bis 1965 äußerlich nah. Ein Italiener, nicht der letzte, aber einer der ersten unter den vorzustellenden Fahrzeugen. Der Alfa Romeo Speider, Baujahr 1962 mit auch immerhin 130 PS unter dieser kleinen Motorhaube. wird uns von Ute Hohmann und Bernd Hohmann präsentiert und hat heute Geburtstag. Wird nämlich 40, nein 30 Jahre alt, aber diesmal ein 40-jähriges. Jan Neumann und Oliver Herz präsentieren uns den MG BGT, 95 PS, 1,8 Liter, eigentlich 1972 für den britischen Markt gebaut. Er wurde aber auch dann für den Export präsentieren uns ihren Mercedes-Benz 170 S Cabriolo B aus dem Baujahr 1950, sage es noch einmal, mit 52 PS. Er war in der Weiterentwicklung des Modells 170 V, die 1949 zunimmt. Ford Capri 2, 1,6 GL, Baujahr 1976. Und da die Bettina Lankes am Steuer sitzt, wird sie auch als erstes genannt, wird sie ihren Begleiter Andrea Sam. Das Fahrzeug befindet sich noch im Originalzustand, es ist der BGT, kann man auch hier wieder sagen. Ein Fahrzeug der Bauweihe 1952 und damit 60 Jahre alt. MG TD, ebenfalls 54 PS. Von Ferdinand, Austen und Marco, die beiden Damen, Alexandra Lechner und Anja Kroth, präsentieren uns hier ihren Mercedes-Benz, die Pagode 230 SL, Baujahr 1964 mit 150. Mehr macht er nicht. Unsere Nottimerfreunden, die ständig bei uns sind und auch immer wieder zusehen, kein unbekanntes Teilnehmerpaar. Aber wieder mal mit einem anderen Fahrzeug, ein MGA Roadster MK1 mit 1,6 Litern aus dem Baujahr 19. Und die Pagode kommen mit ihrem Lotus Excel SE im Originalzustand, ja meine Damen und Herren, ohne Restaurierung. Und wenn ich denn da so hinpuppe, dann muss ich da noch sagen, Baujahr 1986 haben wir leider noch kein... Herbert Toulouseki und Roswitha Boschmann präsentieren uns heute den Triumph 2000 Roadster, Baujahr 1948, 68 PS. Dieser Roadster wurde eigentlich für den englischen Markt gebaut und auf die Isle of Wight ausgeliefert. Über die Zwischenstation... 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 Vielen Dank.